so wenn ich jetzt hier ein portal platziere und hier dann müsste das gehen richtig ich brauche ein club da drüben ist ja auch ziemlich genial einmal schräg rüber okay wir können den können ja eigentlich eigentlich nein das war dämlich das war sehr dämlich wir hatten es eigentlich beim anfang schon wir hätten den club gar nicht mehr nach oben bringen müssen genau hier kurz ausgenutzt dass das so funktioniert und dann müssten wir uns eigentlich nur den club holen wieder ein typischer fall von ja mach es doch komplizierter als es ist was zur helle war das gerade okay Ja. Oh nein. Ach egal, wenigstens. Kann man jetzt so. Ich rolle jetzt ja nicht dagegen. So. Eins. Drei. Gut. Es hätte bestimmt auch viel anders gehen müssen, aber egal. Okay. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. oh gott geht das jetzt schon wieder los wir haben hier eine laserbrücke eine lichtbrücke und was machen wir mit der ich höre ran oder ich sehe zeichen ich sehe eine koppelte röhre ich sehe ah wow kommt schon ok was wir jetzt wünschen es wird nein ach da ist echt eine glasscheibe vor ja der sprung war ja sehr elegant sehr elegant oh man i sorted through some of the stuff so many cat pictures but i also got some more serious information achis thinks we killed the scientists so it's activating some sort of kill order it's going to flood the enrichment center probably with all that goo to eliminate any and all threats that means you that means me and that means whatever that last thing is so i'd suggest we keep moving Ich habe ein paar von den Sachen gesehen, so viele Katzenbilder, ja, ja, ja. Aber ich habe auch noch etwas mehr seriöses Informationen. Akis denkt, dass wir die Wissenschaftler töten. Also aktiviert es eine Art Kill-Order. Es wird das Enrichment-Center flügt, wahrscheinlich mit all dieser Gou, um alle und alle Gefälle zu eliminieren. Das bedeutet, du, das bedeutet, ich und das bedeutet, was auch das letzte Ding ist. Also, ich würde sagen, wir gehen weiter. Was ist jetzt Schlauch runterzuspringen? Ich will den Cubits eigentlich holen, aber irgendwie... ...irgendwie ja nicht. Nicht so ganz. Äh... Oh Mann. Ich gehe noch mal hier hoch. Das hat gerade gesaved. Das heißt, der Schritt war schon mal nicht schlecht. Wenn wir hier schon mal sind. Ähm... Es kann nicht verkehrt sein, hier einfach alles voll zu machen mit blauem Gel. Es kann eigentlich nur gut sein. Und wahrscheinlich auch... Hier. Irgendwie. Hm. Hmm, blaues Gel. So. Was ist hier an? Dann machen wir hier auch noch voll blau. Es geht sogar bis runter. Ja, wunderbar. Okay. Jetzt haben wir hier sehr viel blau. Und... Okay. Damit kommen wir hier so auf jeden Fall schon mal durch. Nur noch Treffe. Okay. Der Cube ist schon mal drüben. Der Cube ist echt ganz runtergerollt. Okay. 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 Jetzt können wir den Cube schon mal hier drauf stellen. Und wir müssen eigentlich nur noch, nur noch, in Anführungszeichen, da rauf. Ähm, Idee. Idee. Nein! Das war definitiv zu kurz. Ähm, ja. Jetzt sind wir dann gar nichts mehr da runter. Und das bedeutet, was auch immer das Lachen ist. Also, ich würde sagen, wir gehen. Ähm... So, hier mal auch eine Plattform. Wir könnten natürlich tatsächlich... Ähm... Okay. Ähm... Ähm... So... Reicht das denn nicht, wenn wir dann... Nur mal so testweise... Höppah! Oh, komm schon! Ich dein Ernst, oder? Es reicht nichts. Okay. Dann vielleicht... Ähm... Ähm... Okay. Das ging gerade noch mal gut. Reicht es denn, wenn wir von hier... Das muss jetzt aber reichen. Ja, okay. Das würde reichen. Den Sprung nur noch mit dem Cube machen. Ich denke, das kriegen wir hin. Ähm... 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 So... Dazu aber noch mal... Hier hoch. Hier noch mal... Alles voller blauer Farbe. Sollte reichen. Jawohl. Dann hier noch mal... Alles voller blauer Farbe. Ja, komm. Okay. Und jetzt eigentlich nur noch... Pepper, 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 Pepper... Pepper! Kann ich so einfach... Und... Jawohl! Okay. Und... Jetzt... Hopp! Jawohl! Okay. Haben wir das auch. Und ab dafür. Pepper Laboratories. Ah man, ich bin eben gespannt. Erstens, wann wir auf Aegis treffen. Was Aegis im Endeffekt ist. Ich wette ja einfach nur... Ein Korps anderer. Und was der dritte... Das... Das zweite mechanische etwas ist. Das bei unserem Geist hat. Das wir noch nicht getroffen haben. Es sind ja drei... Drei... Objekte von Aegis geortet worden. Wir, äh... Virgil und... Noch... Ein unbekannter... Anderer Korps, schätze ich mal. Ich bin gespannt, wer oder was das ist. Well, es scheint, dass wir nicht mehr in den Planfeld-Test-Chamberen bleiben können. Es scheint, dass wir nicht mehr in den Planfeld-Test-Chamberen bleiben können. Es scheint, dass wir nicht mehr an unsere Aktionen adaptieren können. Wir müssen mit einem Plan, um ihn aufzunehmen. Aufzunehmen. Aber lasse das zu mir. Du kannst weitergehen, um diese Tests zu lösen. Okay. Äh... Ach, du heiliger. Oh, Mann. Wenn Portalflächen schon wieder eingezäunt sind, das habe ich schon wieder gar nicht gern. Ähm... Ah, okay. Ich verstehe. Da oben ist der Cube. Wir müssen da oben hin. Wir können nicht einfach hingehen. Weil die Portalflächen alle eingezäunt sind. Das ist uncool. Äh... 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 Unsere Optionen. Wie sind die denn? Da müsste potenziell dauerhaft jemand draufstehen, damit das funktioniert. Okay. Die Fläche sieht ziemlich, äh... Offensichtlich aus. Ach, Mensch. Ja. Ja. Nein. Ah ja, okay. So geht's auch. Oh. Dankeschön. Das hat sogar gesaved. Ähm... Ja, dann so. Ach, ja, das bringt gar nichts. Shit. Schön wär's. So. Oh Gott, wir brauchen einen Cube, oder? Wir brauchen irgendwas. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas. Wir können doch den Cube... Können wir? Ich weiß es nicht. Okay. Äh, sieht nach einer Sprung-Ziel-Plattform aus. Da brauchen wir auf jeden Fall Cube drüben. Alles klar. Ähm... Ähm... Wir können ja mal rüber gehen. Aber im Endeffekt müssen wir eigentlich nur... Nicht getroffen. Nicht getroffen. Ähm... Ja. Ähm... Müssen wir im Endeffekt nur... Ja, ja. Ja, ja. Im Endeffekt nur. Ähm... Ich wollte die Cube jetzt herfliegen lassen und dann einfach durchswitchen, aber das geht ja nicht. Ähm... 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 Ja, ja. Ähm... Bis zum nächsten Mal.